Es wurde bereits angekündigt, Freunde, nah und fern im In- und Ausland. Ein Musikstück, das perfekt zum Frühling passt. Wenn der weiße Flieder wieder blüht, wurde nicht nur zu einem Filmtitel. In dem Streifen spielte Romy Schneider eine Hauptrolle, sondern viele Musiker versuchten es mit interessanten Arrangements. Der Wiener Franz Rotter komponierte diesen Song, der weltbekannt wurde. Ich verwende für meine Darbietung den Style French Jazz. Er hat ein tolles Intro, das prima dazu passt, finde ich zumindest. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Sagt euch der Name Helmut Zarias etwas? Er spielte dieses Musikstück Jazzic Virtuos auf seiner Geige. Ich habe jetzt mal den Versuch gewagt, ihm ein ganz klein wenig nachzueifern. Ob mir das gelungen ist? Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal und wünsche euch was.